Auf der Suche nach Vogelmotiven bin ich am Samstag wieder mal unterwegs gewesen. Verschiedenste Vögel habe ich auch getroffen, denn schlussendlich. Hier zum Beispiel ein junges Blesshuhn, aber auch die Eltern sind natürlich rum gewesen. Es waren einige Vögel unterwegs, vom Graureier, die wir vorher mal gesehen haben, eine Zwergdamelahne sogar gesehen. Oder hier die Graugänse, da waren auch viele rum gewesen. Und die Stockkenten sind natürlich auch immer rum. Leider ist das Licht von der ersten Seite des Vögel nicht so optimal gewesen. Man hat es gut gesehen, aber durch das Gegenlicht gab es recht harte Schatten auf unserer Seite. Und durch so einen hohen Kontrast entstanden ist, dass es recht schwer war, die Bilder schlussendlich zu bearbeiten. Auf der gegenüberliegenden Seite ist es doch besser gegangen. Wir hatten es unten im Rücken und somit das bessere Licht für die Vögel. Immerhin hat es ein gutes Bild gegeben, wo ich wirklich zufrieden bin. Und das ist die Graugänse. Das war jetzt der Versuch des ersten grösseren Videos. Ich hoffe, euch hat es einigermassen gefallen. Vielleicht gibt es da wieder mal eins. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss zusammen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.